runde 140 und es ist ein bisschen was passiert das chaos wurde abgewährt fürs erste ich habe wieder mit irgendjemandem ein bündnis geschlossen jetzt habe ich wieder ein bisschen amber und talerberg land hat im imperium den krieg erklärt das heißt ich musste auch den krieg erklären talerberg gegenüber naja und meine truppen meine beiden waldelfen armeen habe ich jetzt mal hier positioniert um hier eilhart die sehr weit westlich gelegene festung der war hier fürsten anzugreifen und zu vernichten und ich kann direkt hinten das ist doch schön gehen wir erst mal dahin ah ja und hier ist oha hier ist manfred von karstein der obervampir höchstpersönlich na schau ich würde sagen wir wir raschen hier mal mit orion rein das ist ja überhaupt kein problem das machen wir per autoresolve und racen das ganze teilwerk und wir kriegen immerhin 20.000 gold dafür jetzt werden wir halt bloß manfred nicht erwischen weil manfred wird wahrscheinlich das weiter suchen außer wir gehen hier vielleicht in ambush dafür brauche ich 25 bewegungen das heißt ich könnte noch hier hin wenn ich jetzt ambush mache naja kann ich wahrscheinlich orion nicht unterstützen aber ich glaube der braucht auch gar keine unterstützung sollte sich manfred entscheiden in den angriff überzugehen gut extrem viele agenten bzw helden aber der rest ist naja bis auf diese crypt horrors underwhelming und im wagen naja würden wir schon schaffen oder so wir können wieder aufleveln ich könnte ja mal hier ein bisschen was investieren ja hier für alle truppen plus sechs nahkampf angriff und verteidigung das ist doch schön ein bisschen mal meine nahkämpfer buffen und hier der hat ja ich schon fast alles habe ich mir ein bisschen speed ihr könnt noch mal überlegen ob wir hier was machen macht mich nicht so an muss ich sagen erforschen können wir was wir haben jetzt drei ember wieder zur verfügung das ist natürlich nur eine momentaufnahme also das kann sich ja jederzeit ändern ich weiß gar nicht mit wem sind wir jetzt alles verbündet ah ja das sind die nicht angriffspakte endlich hat es mit den zwergen geklappt ich bin ja so froh und jetzt müssen wir schauen dass wir ja also das steigt noch sobald das quasi nicht mehr steigt haben wir wieder ein geschenk raus das klappt dann schon und hochland wie schaut es da aus wird auch besser also mit denen wir ein bündnis auch ganz gut ist ja quasi das neue imperium und wir sind jetzt quasi mit zwei bretonen drei bretonen und clan angrund verbündet halt noch mit dem imperium und mit den waldelfen wobei ich die ja kurzfristig oder mittelfristig dann doch konföderieren möchte und jetzt jetzt mache ich mal was ganz was anderes ja ich könnte das mal machen dann spare ich mir geld erstens kriege ich dann mehr einkommen aus allen gebäuden nämlich plus 20 prozent ich spare 40 prozent konstruktionskosten auf alle gebäude und das wichtigste ich bekomme plus 40 auf die beziehung mit den zwergen kostet mich allerdings zwei ember die wissen schon warum aber ganz ehrlich das ist es allemal wert das ist allemal wert weil ich glaube dann kann ich einen packt mit den zwergen schließen und ja dann habe ich plötzlich hier über 20 m so was möchte beleger ja wie immer halt möchten sie mich zu krieg beitritt überzeugen ja manfred sucht das weiter und hier sind auch noch chaos truppen so ach ja das hatte ich vergessen hier unten sind auch noch tier menschen gespawnt und die haben jetzt hier in meinem verbündeten den krieg erklärt ja was bleibt uns übrig so aha ein neuer quest drei wild riders okay ich habe das noch nicht mal mit den es ist das was oft gemacht ja das sollte ich dann halt mal irgendwann in angriff nehmen aber habe irgendwie gerade wenig lust dazu so die forschung ist auch schon fertig und jetzt schauen wir doch mal beziehungsweise erst in der nächsten runde naja wir können gleich gucken ob das jetzt schon einen effekt hat tatsächlich ja krass richtig krass die technologie hat mich sofort hier mit den zwergen ja ja sehr gut wunderbar ja das steigt jetzt noch weiter bis 89 also ich glaube wir nähern uns der militärischen allianz und dann dann haben wir endlich alle ember probleme gelöst finally finally ja jetzt würde ich ja fast meinen hier der waldelf geht mal zurück zu karak azkaras und orion ja was macht denn orion schönes ja orion läuft mal gern osten denn im osten gibt es noch genug zu tun also wir haben hier noch ein bisschen chaos und natürlich die vampire die haben schon wieder vor fort oberst hier hier neu aufgebaut und ich möchte die vampire eigentlich nicht mehr starken szenen weil die sind unglaublich lässt und das in jedem let's play oder in jedem durchspielen der kampagne egal mit welcher fraktion vampire sind immer immer gut so hier kommen jetzt eigentlich nichts machen wir haben ja noch ein ember naja andererseits da machen wir das auch noch ich meine dann bin ich zwar bei null ember mit dem hotfix hat sich das diese ember mechanik auch geändert dass ich nicht mehr absolut abhängig bin mit ember im plus zu bleiben also wenn ich jetzt ein minus ember habt dann wird ja nur das wieder auffüllen der armeen verlangsamt und nicht komplett gestoppt und dann ist das schon wieder in ordnung und das hier bringt zwar nur etwas also ich habe keine helfen deswegen bringt mir nur dieser erste punkt was nämlich bessere diplomatische beziehung mit telea ist talia grant grenzgrafen und wo auch den nördlichen barbaren aber auch das dürfte es wert sein denn wenn wir uns hier mal anschauen ist talia ist riesig grenzen an meinem reich und ich glaube sie mögen mich auch nicht sonderlich und es besteht halt immer die chance dass die mir jederzeit den krieg erklären ja immerhin rand 4 aber nur 6 ember und die hassen mich ja fast also unfreundlich also da möchte ich echt vermeiden dass die mir plötzlich den krieg erklären vor allem weil meine truppen eigentlich alle im osten stehen ja und hier haben wir halt noch so einen kleinen tier menschen und kleines gut die armee ist zwar klein aber immerhin vier minutauern und zwei ziegers ja kann ich jetzt nichts machen ja soll er da ein bisschen rumhampeln ist mir egal so what also dieser dieser rad der überzeugt mich eh nicht also dieser radsgebäude das ist eher underwhelming also selbst wenn ich dann hier ein paar positionen im rad freischalte würden die boni die ich dann bekomme wenn ich da ein ratsmitglied einsätze die wirken leider nur lokal beziehungsweise auf die jeweilige armee des helden und nicht eher fraktionsweit und so naja sage ich halt ist ganz nett ist jetzt aber auch nicht kriegsentscheidend totaler beglant möchte frieden sage ich ja so und ansonsten passiert doch doch es passiert etwas die greifen mich doch tatsächlich an ja aber ja es lohnt sich eigentlich nicht das auszuspielen das ist ja kein möglicher kampf das ist ja es ist ja nur ein gemetzel auf seite der tiermenschen so diese karakatzkaras wird wieder gesichert und unser waldelf also ich finde es immer noch ein bisschen komisch dass waldelfen tatsächlich über der zwischen leiden ich hätte gesagt zümpfe oder auch bergregionen machen in waldelf nix weil waldelfen kommen halt aus der natur und sind da quasi profis an solchen bedingungen standzuhalten aber gut das muss aber schauen aber keine zwischen allein ja hier halt überall das alles sumpfgebiet oder das liegt an der vampir korruption ist es schon mal vier land ist nur ist nur sehr stark von vampiren frequentiert okay dann marschieren wir hierhin und müssen dann halt mal in der nächsten runde dann rein marschieren vielleicht möchte man für die auch endlich mal kämpfen was ich allerdings nicht glaube geld läuft müssen uns keine sorgen machen wie schaut es denn jetzt hier aus ich meine mit dem wenn ich rein charge und ich habe hier sogar ein banner das ist sehr witzig das banner würde ich ja gerne eigentlich jemand anderem geben aber also das banner ist dafür dass ich truppen die normalerweise nur in der aufstellungszone aufgestellt werden können also kein vanguard deployment haben dass die halt vanguard bekommen und das ist schon ganz witzig also da kann ich ja dann irgendwelche starken einheiten wie zum beispiel was gibt es noch für starke einheiten ja kampf tänzer könnte ich dann zum beispiel auch als vanguard aufstellen das wäre schon witzig oder die die faltenreiter glaube ich die haben ja auch kein vanguard ja da könnte man schon witzige sachen machen so baum mensch ist aufgestiegen sehr schön vier menschen sind die streut und dann laufen wir zurück zu king's clay jetzt schauen wir mal wie es mit den zwergen steht jetzt müssen die doch mal irgendwann sagen hey die waldelfen sind doch ganz cool machen wir doch mal ein bündnis ne wollen aber immer noch nicht furchtbar furchtbar und wie schaut's mit ähm estalia aus estalia ist uns immer noch naja gut es muss halt erstmal steigen aber zumindest kommen wir bald aus dieser unfreundlichen zone raus ich meine den können wir ja auch mal ein geschenk machen dann geht das wahrscheinlich noch schneller mittel und den zwergen geben wir auch ein geschenk zum platz rang 1 noch mega stark die sind echt stark und die haben ember in hülle und fülle und die brauchen es nicht aber die wollen es mir auch nicht geben ich verstehe das nicht ja und die orks sind relativ vernichtet also nur noch sechs siedlungen ja krass also ich weiß nicht ob das jetzt immer so abläuft aber man sieht ja schon das zwergenreich ist gigantisch das ist ja das ich glaube das heißt der weltrandgebirge ne das ist schon das müsste alles hier von süd nach nord den zwergen gehören und wenn wir hier die farben anmachen ne wo sind denn die farben ja ja hört alles den zwergen hier hinten schon mega mega und wir müssen da profitieren also ganz ehrlich ich kann eine pure baumenschenarmee ausheben weiß ich irgendwann mal ein bündnis mit den zwergen so ok dann können wir nichts mehr machen dann mache ich mal weiter und ich würde es jetzt echt toll finden wenn manfred von karstein mal hier ein paar eier in der hose hätte auf deutsch gesagt und ähm den kampf mit mir aufnimmt aber ne ich meine man muss natürlich bedenken manfred das ist ja ein untoter da mag schon das ein oder andere teil abgefallen sein so was möchten die denn jetzt oh oh die verlangen aber viel die verlangen aber echt viel ja unter den umständen muss ich leider verneinen Lioness ok die wollen nicht ganz so viel die wollen nicht ganz so viel die haben aber auch ordentlich Kriege laufen ne allerdings na gut also das sind ja alles die Chaos-Anhänger außer Bretonien aber Bretonien ist halt auch kein Global Player in der Kampagne egal ich sag erstmal nein ich bin ja auch kein Global Player eigentlich ich bin ein Arteloren Player ja ja ich glaub ich glaub halt wirklich eigentlich ist die Kampagne mit den Waldelfen relativ einfach wenn man halt wirklich nicht wie ich ähm nur in diesem Radius bleiben möchte der ist noch vertretbar außer dass ich halt hier das Welt oder äh das westliche Gebirge noch als meinen Arteloren-Messets ausgelegt habe aber ähm wenn man jetzt halt hier rausstürmt und wild erobert dann müsste da mit Amber ja da müsste schon was gehen weil dann hat man glaub ich auch nicht diese Amber Armut wie ich sie hatte und dann kann man sich glaub ich ähm ja doch ganz gut ausbreiten sowas wir verfolgen weiterhin ja den Vampir Manfred irgendwann muss er sich uns ja stellen und wir können ja Gott sei Dank mit den ähm wie heißen sie Weltwurzeln reisen unterirdisch das heißt wir sind jetzt auch nicht von Attrition ähm im Vampirland betroffen ja aber Manfred wird halt ausheilen sobald er wieder in seinem Territorium ist wär halt gut wenn wir ihn abfangen könnten aber das können wir halt nicht leider gut nächste Runde nächstes Glück der Imperator der Name ist jetzt auch irgendwie nicht mehr angebracht mit einer Stadt einer Provinz nicht mal einer Provinz eigentlich nur einem kleinen Gebietchen nee äh mit Hochland möchte ich eigentlich bald ein Bündnis erzielen an anderem möchte ich wieder Kriegtreiber spielen jawoll nee ja und ich weiß auch nicht die Vampire sie fliehen sie fliehen sie fliehen sie fliehen mein Waldelfverbündeter läuft halt auch irgendwie quer über die Karte ich weiß nicht was er damit vorhat er war mal im Norden hat gegen die nördlichen Barbaren gekämpft dann war er mal im Süden aber so richtig bei rumkommt glaube ich nicht naja ja da ich keine Eroberungsambitionen hab ähm kann ich mich quasi frei auf der Karte bewegen vielleicht macht der Waldelf das genauso mein Verbündeter ich kann jetzt zum Beispiel mal hier diese diese untoten Rebellen ähm wegpflanzen die Wurtbart bedrohen ähm bringt mir jetzt keinen richtigen Vorteil aber ich sag mal so ne vielleicht freut sich ja Wurtbart einfach drüber wie ah Banner eroberts sehr schön aber die werden wahrscheinlich eher maulen weil ich hier in ihrem Gebiet rumlaufe oder habe ich mit denen wenn ich übereinkomme hochland nicht angriffspakt packt. Mal schauen, ob ich mit dem verhandeln kann. Ah ja, das wird gut. So, und es steigt auch, okay. Den gebe ich auch mal ein Geschenk. Ich kann eh nicht so den ganzen Geld anfangen. Und jetzt geht es schon bis 50 hoch. Das ist doch schon wahr. Das sind schon ganz gute Skills, aber Waldkämpfe... Ich meine, ich bin ja jetzt hier nicht in der Heimat, sonst würde das wahrscheinlich Sinn machen, als Verteidigungsarmee, aber ich bin alles andere als in der Heimat und hier gibt es eher wenig Wälder. Und ich weiß auch nicht, was heißt denn Waldschlachten? Heißt das, ich stelle meine Truppen in den Wald auf? Oder heißt das, die Karte muss irgendwie eine Prozentzahl an Bäumen haben? Also würde das bedeuten, dass alle meine Truppen, die im Wald aufgestellt sind, tatsächlich diesen Bonus bekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Was machen wir jetzt? Wir machen mal Lagerstellung, um zu verhindern, dass wir hier Attrition erleiden. Und ja, dann müssen wir jetzt wohl mal diese Runde hier aussetzen. Oder beziehungsweise halt mal stehen bleiben. Ja, wir müssen halt jetzt wirklich drauf warten, dass die Zwerge mit uns wohlgesonnen sind und wir die Möglichkeit haben, mit ihnen Frieden zu schließen. Beziehungsweise in Allianz zu schließen. Schau mal an, Manfred. Ja, ha. Nix gibt's. Und sobald die Zwerge und ich ein Bündnis haben, kann ich den Oak ausbauen, kann ich ein paar bessere Einheiten in meine Armeen bringen. Und kann auch die Technologien gar erforschen. Also, dann läuft's halt. Dann läuft's. So hoffe ich. Und wir gucken mal. Zwerge, Zwerge, Zwerge. Ja, 49. Sehr schön. Ah, vielleicht klappt's schon. Ja, wir haben's, wir haben's. Geil, geil, geil. Super. Weltklasse. Hervorragend. Und Hochland mag uns jetzt auch. Achso, mit denen kann ich nichts abschließen, weil die im Krieg mit meinem Verbündeten sind. Deshalb kann ich mit denen kein Bündnis machen. Muss man halt mal überlegen, ob wir langfristig hier das Imperium allein lassen. Ist eigentlich nicht mein Stil, aber hey. Weil Altdorf wird niemals erobert werden, solange der Imperator da auch noch mit einer Armee drinsteht. Okay, jetzt schauen wir mal, ne. Ah, 25. Amber. Ja, da bauen wir doch gleich mal den Baum hier aus. Boah, die letzte Stufe kostet 20. Amber, Wahnsinn. Was bringt uns denn die nächste Stufe? Mehr öffentliche Zufriedenheit, weniger Unterhalt für alle Truppen. Ja, das haben wir ja schon, diese Konföderationsgeschichte. Dann Korruptionsminderung, erhöhter Rang der Helden bei Rekrutierung. Und natürlich eine bessere Garnison. Zwei, ähm, zwei, ähm, Baummenschen. Ja. Ja, das machen wir mal. Ich meine, wir müssen ja mal vorankommen. Und dann, ähm, schauen wir mal, was es noch an schönen Forschungen gibt. Das brauche ich nicht. Zwei Amber kommt mir auch sehr viel vor. Ah, plus 30 mit allen Fraktionen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich habe jetzt ja eigentlich alles, was ich brauche. Ja, wobei, langfristig. Ich meine, ich, für mich ist es natürlich schon wichtig, wer ich jetzt ein erobernder Waldelf, der quasi, ähm, die alte Welt in einen großen Adel Loren verwandelt, dann bräuchte ich es das nicht. Aber ich bin ja darauf angewiesen, viele Allianzen zu haben, damit ich meinen Amber bekomme. Insofern mache ich das. Und dann müssen wir mal schauen, was wir da noch brauchen. Vielleicht mal das hier gegen Tiermenschen. Untote. Was will ich denn hier von Untoten? Ja, das ist auch nicht schlecht. Wenn man einen Zauberer hat. Ja, und Immunity to all Attrition. Also es gibt durchaus hier eine Forschung. Ich hatte ja vorhin angekreidet, dass die Waldelfen doch eigentlich fähig sein sollten, ja, keine Attrition zu erleiden, beispielsweise im Sumpfgebiet oder in korrupten Gelände überhaupt. Genauso wie in, in, in Bergpassagen. Und da gibt es ja auch eine Forschung dafür. Also dann ist das schon wieder in Ordnung. Und das wäre schon echt nützlich. Ja, das werde ich dann als nächstes erforschen. Ich habe jetzt noch 15 Amber, gut. Und ganz ehrlich, mich juckt es jetzt schon hier, einen Baummenschen in meine Armee aufzunehmen. Dann hauen wir mal hier einen Sperrkämpfer raus. Kann ich das überhaupt jetzt hier machen? Wie lange dauert das vier Runden? Ja, das mache ich. Also dann tut mir leid, du bist raus. Und dafür kommt hier ein Baumensch herein. Wunderbar. So, und hier haben wir doch auch noch eine ausgebaute Armee. mehr oder weniger. Die hat sogar noch Platz. Schau an. Und hier. Ja, hier können wir. Hier würde ich sogar sagen. Na gut, Falkenreiter. Ich mag Falkenreiter. Ich weiß gar nicht, was immer alle gegen die Falkenreiter haben. Die sind für mich sehr nützlich. Und auch ein Baumensch. So. Da habe ich drei Ember ausgegeben und habe immer noch zwölf. Ha! Super! Und was ist hier? Kann ich hier mal... Ich meine, ich habe jetzt ein ordentlich, ähm... ordentlich Polster finanziell gesehen. Das heißt, ja... Ich kann hier eigentlich schon was bauen. Vielleicht auch nochmal einen Treekin. Na, lieber mal Sisters und Doran und die Reiter. Und dann wegen mir hier noch Bogenschützen und den Speerkämpfer. Und Dur2 kriegt auch mal noch einen Speerkämpfer. Ja, gut. Das ist schon Baumensch. Treekins. Und... Was kriegt er noch? Auch Waldreiter mit diesem Gift feiern. So. Jetzt habe ich noch 11 Ember. Also ich kriege das schon weg, ne? Ich kriege das schon weg. Gut. Das ist halt die Sache, ne? Wenn wir jetzt... Ich baue ja noch 20 Ember, um den Baum hier gar auszubauen. Beziehungsweise... Jetzt können wir mal mit den Waldelfen gar konfigurieren. Dann habe ich wahrscheinlich keine Elfe Ember mehr. Aber dann wissen wir wenigstens, was ich am Ende noch brauche. Zack. Jetzt habe ich noch. 6 Ember. Boah! Hat der so eine Riesenarmee, oder was? Wer war das jetzt? Das war hier, ne? Ja. Ja, das muss ich mir mal in Ruhe anschauen, ob ich hier ein paar Gebäude abreißen soll. Ich denke schon. Ich denke schon. Und jetzt muss ich mal gucken, ob meine Armeen alle rumstehen, ne? Also, der gehört hier mir. Den hatte ich gerade schon. Dann ist hier rechts noch eine Armee. Das ist von ihm. Ja. Ja, dass die teuer sind, ist klar. Hast du mir jetzt hier eine Ember-Unit? Und das hier finde ich auch irgendwie blöd. Er kriegt aber dafür mal hier einen Adler. Und, ähm... Wo geht der denn mal hin? Er geht mal hier in Morsan. Also, jetzt habe ich eigentlich alle meine... Oder hier hin, Grimhold. Grimhold ist vielleicht der Gefährde da. Also, eigentlich ist es auch nicht gefährdet, aber... Nun zur Sicherheit. Und hat er noch irgendwo eine Armee? Nee. Boah. Hat er aber ganz schön Ember ausgegeben, ey. Naja, gut. Das heißt, ich brauche noch 13 Ember, damit ich meinen, ähm, Baum dann... Beziehungsweise 14 Ember. Ich will ja hier auch noch diese eine Forschung machen. Ja. Die anderen finde ich jetzt nicht so toll. Außer die... Okay, okay. Also sagen wir, ich brauche noch 13, 14, 15... Sagen wir mal 16. 16 Ember, um auf der sicheren Seite zu sein. Wenn ich mit Hochland konföderiere, äh... Allianz schließe, kriege ich 7 Ember dazu. Und Estalia vielleicht noch kriege ich 6. Also 13 Ember. Und dann wird's halt schon eng, weil viel mehr, ähm, größere Fraktionen gibt's leider nicht mehr. Ja, oder Arthur ist noch, ne? Und dann bin ich doch bei Mainz 16. Also das kriegen wir schon hin. Ähm, machen wir die nächste Runde. Dann erforsche ich gleich noch die nächste Technologie, bevor ich die wieder vergesse. So, wer ist das jetzt? Paragon? Ach! Ne, mit Estalia fange ich keinen Krieg an. Aber das ist schlecht, wenn Paragon mit in den Krieg ist, dann kann ich mit Estalia nämlich... Oh. Oh. Die Hochelfen besuchen uns. Ja, wegen mir. Kann man ja mal Hallo sagen. Wir wollen ja nicht hier als die Babachen dastehen. So, also der geht hier rein. Die anderen bauen gerade ihre Truppen und hier erforsche ich noch. Naja, brauche ich das? Ja doch, ich möchte keine Trishen mehr erleiden. Und dann bauen wir noch das gegen die Tiermenschen. Denn das sind ja unsere Endgegner, soweit ich weiß. Die greifen dann am Ende nochmal mit allem, was sie haben, unseren Oak an. Da sind diese Boni gegen die Tiermenschen vielleicht ganz gut. Ja, und ähm, unser Orion, der hat hier noch sein Bäumchen gepflanzt. Das braucht noch ein bisschen, bis es gewachsen ist. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Und jetzt haben wir doch mal anständige Armeen und sind doch mal äußerst gewachsen. Wir haben Arteloren vereint. Das gehört uns jetzt auch komplett. Also, die Ziele sind erreicht. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist eben den Oak Gar auszubauen. Und dafür müssen wir noch ein paar Allianzen schmieden. Ja, ich hatte schon, ich hab mich schon gefragt, wo mein Handy bleibt, aber in letzter Sekunde hat's dann doch noch Hallo gesagt. Ähm, ja, und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Falls es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar. Falls es euch nicht gefallen hat, schreibt bitte auch einen Kommentar. Ich bin ja um Feedback beziehungsweise Kritik, ähm, ja, freue ich mich auch, genauso. damit ich was ändern kann. Und, ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.